Das ist der verkokste Harry Potter. Schäu-Modell TH Dave. So. Nicht spritzen. Woherrschen das Player-Modell bitte? Was ist denn das für ein Player-Modell hast du schon? Das ist einfach Harry Potter aufs Crack, Alter. Komm, Fetti-Heads, lauf. Drei Leute für ein Zombie, alles klar. Ja, Fabi, du machst das schon. Ihr seid Wichser. Was heißt denn ihr? Ich bin überhaupt nicht schaden. Kann ich die Wände einschlagen? Nope. Wurde erst bei Battlefield eingeführt. Warum blutet der Kaste? Warum habe ich den Ausgang gefunden? Oh. Ah, hier geht's hoch. Gehst du auch, oder? Ciao. Warum aber du fettsacker, Alter. Denk fest. Haben wir den Jordan gemacht. Eigentlich kann man den Skippen. Ey, wir sind jetzt schon weitergelaufen! Fisch. Oh nein... So schlecht mit dem Green Screen... Aaaaaah... Es tut ja weh da... Es tut wirklich weh! Aber dann haben wir ja... Ja genau, damit ich ne Fito-Leute bereiche... Und den Schlecht-Leute... Ey! Oh, ist das eh... Skull Trooper Skin? I must be in Fortnite! Alter, Schauspielen 100! Mama! Alter, wer ist denn doch was vom Tuch mitgeholgen? Alter... War das ein Jump-Scare? Ey, mich Jesse! Jesse, du bist keine Enttäuschung! Exit! Da rein? Ja, da rein! Wir sind auch alle so doof wie Scheiße, ne? Ey, wie kann man denn hier bitte laufen? Das ist ja kein Mensch durchdurch! Entweder... Wir sagen jetzt entweder Jordan, du bist einfach dumme Scheiße, oder? Da kann man jetzt drauflaufen! Und was ist? Gibt's ne Antwort? Nein, da gibt's ne Antwort! Ey, wie kann man das denn bitte sehen? Also, was ist dumm wie Scheiße? Okay... Ja, wie soll man... Ja, komm... Okay... Ja... 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 Dumm... Dumm... Okay... Auf dem Weg hier kann man laufen, an der Seite... Pff... Pff... Ja... 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 Oh je... Renn, 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 renn! Oh je... Oh je... Renn, 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 renn... Hallo! Oh mein Gott! Schnell, schnell, still, Fabian! Oh, bevor sie komme! Alter! Ich mach die Tür da auf, ey! Schieß! Schieß! Guck mal, so wurdest du gefunden, in der Kiste hier. Da lacht er. Immer lieber halt weg. Gut, dass da ein Gas... Ich werd grad Zahne drinnen gehen. Wie geil du aber auch komplett explodiert bist. Nein, Robin! Was denn? Oh, ne. Robin, schnell, komm! Wo bist du denn? Schieß! Nein! Zurück! Ach da! Du hättest sagen sollen, wo du hängst. Ich dachte, du wirst an dem Gegend... Ich schmesser dich. Okay, das wird so geil, Kato. Es geht einfach so stumm dran vorbei. Also auch mal, guck mal, wenn du hier hoch gehst, ja? Und willst schon sehen, dass du da oben hängst. Ja, es gibt keinen Hinweis. Fabian hast gefurzt... Oh. Fabian hast gefurzt... Ja, Fabian hast gefurzt! Das wollte ich zuerst auch sagen, aber dann habe ich gesehen, wer da kommt. Oh! Ah, ah, ah! Da muss wohl jemand den Weg neu laufen. Ja, hier ist halt wirklich ein Fenster. Und er darf den ganzen Weg neu laufen wegen dem einen Troll. Aber wir warten natürlich auf Fabian, ne? Ohne mich wäre er schon reingepusht. Ein bisschen gespritzt, gell? Fabian. Okay, perfekt. Fabian. Jetzt, jetzt, Grinto! Ich mach sogar eigentlich Fahrzeug auf... ... und er strebt einfach mein Leben. Äh... Was ist das? Was ist das denn? Was ist das denn? Wir sind in einem Tanzclub. Du müsst doch eigentlich die Kantinemusik laufen. Oh Gott. Du, 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 du. Ich glaub, das war damals. Strain die Zombies. Wir schießen von oben. Danke für die Hilfe, ihr Kotzen, Alter. Ja, helf doch. Deine Mutter helft dir. Hier, Frista. Ey, fühl dir nicht den Beat, Alter. Fühl dir nicht den Beat. Die Bar ist hier. Okay, alles klar. Oh! Die Bar! Alter! Der ist direkt gestorben. Nee. Die war nur Heilung und Rüstung. Könnt ihr doch einfach Brot killen, ja? Oh, das war der Falsche. Du Bastard. Ich wollte Jordan machen, ich hab mich verdrückt. Ich wollte erst auf Wotkill drücken und dann war's schon bei dir. War nicht extra. Drück aber eh, du Kotze. Ach, Alter, das hat aufgehört. Ach, guck mal wer da ist. Äh, was ist denn jetzt los? Ich bin an den PC gegangen. Die Läufig nur laufen konnte. Oh! Geht's weiter? Jupp. Wie gehen oder wie. Du bist bist zwischen den Lenkasten? Du bist 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 du bei dir. Also, das ist ein wenig vertraut, das ist ein wenig vertraut. Alright, ich will.